wunderschönen guten tag meine damen und herren wir sind hier die lustigen holzfäller boom und haben unsere schwester mitgebracht und wir wollen wir wollen hier in der wildnis überleben und es wird sich zeigen ob wir das auch schaffen wahrscheinlich nicht ja was da oben hier ist ein hase oder sowas ja die pink ist übrigens auch mit dabei die sagt ja ja ich bin so fasziniert von dem spiel und ja ich bin so begeistert davon wir haben aber nur drei tage überlebt also jetzt versuchen wir ein bisschen länger zu überleben das schaffen wir auch vier tage nein das waren drei ich bin mir gras ja ist hier wichtig kann ich mir jetzt eigentlich so eine axt braun ja kann ich was ist jetzt ich habe ich bin ich weiß nicht ich bin verflucht bin ich nachts irgendwie so ein bieber dillen bist du auch gerade ein bieber hast du hast du dieses hast du so viel holz jetzt gefällt oder was ach so ach so kann das sein woher weißt du das also es ist ja diese vierte anzahl gebaut uns gerade so ich habe das damit zu tun keine ahnung ich kann mal was hast du da jetzt denn gemacht ich habe überhaupt keine ahnung warum ich jetzt hier sind ist ja faszinierend ja hier du fällst alles für uns ja genau ich kann jetzt auch nicht aufnehmen gerade ja wir nehmen es auch für dich ja alles klar wenn diese kraft kannst du das jetzt hier bei mir rechts war das auch ausziehen ja warte ich versuchs mal jetzt kommt mal was ich mit mär으니까すigoh kraft ja krass trao was sein ich kann ich hier sterben hier ist mein Beil, ich will mein Beil wieder haben nein kannst du nicht, oh doch kannst du ich will aber meine Axt wieder haben kannst du pflanzen? oh irgendwas passiert kannst du es wieder ausziehen? ja äh was kann ich? hier ist ja deine Axt ja die will ich wieder haben ich sag mir die mal einfällig ja schön ne warte, oder Pinky mach du mal ich kann die nicht einsetzen irgendwas kommt ahhh ich kann sie auch nicht was denn? wo denn? könnt ihr nicht sehen oder? habt ihr den gesehen? ne ja ich hab ihn aber zerstört glaube ich was könnt ihr mal ein Feuer machen oder sowas? baut mal bitte ein Feuer Feuer hier ja sehr gut rein ich ne warte ich hab das hier oh puh oh kannst du wieder einstecken dein Ding ja dieser steckt schon was eigentliches warte mal guck mal hier hoch da kommt noch einer hm ah hier noch einer ah ich beiß dich kaputt ey cool hab ich gesehen mal mein Hut ah cool hallo wie hast du den denn her? wo hast du den her? da oben war ne Leiche und da lag ein Hut neben ach ja ich frage mich bei der Mut vorher kommst ach ja ich bin fast tot ich kann mich gar nicht zurück verwandeln wie kann ich mich denn na mal sehen vielleicht wenns wieder Tag wird vielleicht bin ich immer nachts so'n komischer Nager ich hab ne Eichel ha 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 kannst du mal gucken wie es so ist damit ha 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 hier sind Bären Bären hm 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 das ist ja kurios weichern so jetzt ist wieder Tag und jetzt verwandle ich mich zurück oder? ne ne wohl nicht warum denn? ach man oh ist denn deine Anzeige? ich hab auch kein Inventar mehr und nix ach ich hab jetzt noch ne Schippe sider Veugaban kabel habe ich! Dieter hallo das ist auch so ne Musik? ya äh weiß ich nicht was man da macht Kann das sein das ehr die Intelligenz total nach unten gegangen ist und das wir uns deswegen verwandelt haben kann aber wie wählen wir jetzt von oben ja wir sind jetzt seine Bodycarts seid ihr etwa dumm geworden? wir sind total toll hey guck mal hier bin ein Hasen hallo hallo oh hier ist ein Monster oh da war es weg aber ich habe auch keinen Hunger mehr ich bin aber fast tot ach ich brauche Holz brauche ich jetzt ah ich bin fast tot sehr gut ich kann mich nicht mehr treffen lassen hinter dir bin ich ja oh Gott warte hier ist ein Weg ah da ist eine Fledermaus ja aber ich bin tot oh schade nehmt mein Zeug schnell nehmt mein Zeug nehmt mein Zeug geht ja nicht ach so du kannst nichts mehr tragen äh ich sterb glaube ich auch gleich euer Ernst mir verfolgen hier immer mehr Geister ja 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 ich sehe sie auch meine Intelligenz geht auch immer weiter runter ja gut wer hält man die denn oben das weiß ich noch nicht ich glaube mit Licht oder so oh ne das ist eigentlich nicht ich muss Bücher lesen ja ich muss Bücher lesen nicht mehr so jetzt ist die Intelligenz ganz unten und nämlich erfolgen immer mehr von diesen Viechern der Frosch Hilfe ah nein ihr habt noch gar keinen Truthahn gesehen das ist so lustig wenn der eine Ort ist ich sterb gleich Vicky siehst du die Geister ja die sehe ich wir verfolgen mich mich verfolgen die Geister aah scheiße 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 nein 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 lass mich in Ruhe tadaaa dann müsst ihr das mal googlen warum das passiert ja also huuu äh sterbe also ich werde das auf jeden Fall nicht überleben huuu die greifen mich auch an ne die Geister ach so die Geister die ich rief 120 hab ich noch intelligent hm 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 ok JD wurde getötet ohja ernst lass mich doch nicht alleine geht doch mal weg nach sonst hm 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 2 Tage 2 Tage wir müssen uns absprechen wer wen nimmt glaube ich ja also der Holzfäller spricht ja für sich vielleicht können wir noch einen haben der ne Spitzhacke hat also ich also ich nehme mal die Weiber alles klar ja Jaja beim nächsten Abendblick dann ja gleich wieder kommen ne ja uiuiui du siehst ja komisch eigentlich hallo hallo wuuuuu wuuu 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 uuuu Oooo ist das denn hier uuu uuuu Herrja habe ich vorhin schon gesehen das sieht komisch aus Oh, oh. Also es gibt viel zu erforschen, viel zu machen und... Oh, mega. Wie bist du da untergetaucht? Du musst da auf die Dinger drücken und dann kannst du das bespucken. Ah, oh. Oh. Oh, mit der Taste. Oh. Guck mal, hier ist ein Haufen Scheiße. Was? Guck mal. Guck Scheiße. Ach, schön. Du musst mir gehorchen. So, 20 Sekunden. Wir werden gespannt sein. Hey, du. Hallo. Hallo. Oh, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Ah, meins. Yay. Okay, jetzt dürfen wir uns ja wieder umziehen und nackig machen. Ich meine, ähm, ne? Bitte, 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 bitte. Hey, ich kann sogar als Spinne gehen? Sofällig als Handy-Women. Unwürdiger. Kann sich mit Spinnen anfreunden. Aha. Ein Roboter. Aufwürdig ist Künstler Exzellenz im Kampf. Ist nur Fleisch. Das ist natürlich doof. Also ich, ich, ich nehme Wendy. Die war am liebsten. Da ist er ein Stückgetein. Die war mir sympathisch. Was? Ein großer Esser. Hallo, hallo. Ah, okay. Wenn ich Komplettkleidung anhabe, dann alles klar. So kann sie bleiben im Grün. Was ist das für der... Ach, man kann ja irgendwie schlafen. Ja. Kann man schlafen. Wie wär's? Ich nehme den Roboter und... Habe ich auch gerade überlegt, dass ich den Roboter nehme. Wir denken sehr ähnlich. Dann nehme ich den Roboter als Schlaf. Also ich habe die Wendy genommen. Geht um Pferde. So, wo wollen wir denn als erstes hin, Jungs? Ich kann mich nicht bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen? Okay, warten wir auf Dylan. Wir wissen nicht, wo Dylan ist. Dylan. 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 Komm schon. Dylan. Dylan. Da ist er. Ist ja cool. Sieht aus wie John Bush so ein bisschen. Hallo Dylan. Hallo Dylan. Hallo. I'm so sorry Charlie. Okay. Okay, hier ist noch eine Lampe. Nimm die Lampe mit. Oh, hier ist Wald. Ganz viel Wald. Das ist gruselig. Nimm die Körbislampe. Was ist das denn hier? Ein Schweinepap? Ich habe hier wohl Schweine aufgespießt. Ach du Kacke. Das Pig will feel silly when he knows that he lost his headmodule. Also ich habe schon ganz viele Blumen. Ich habe einmal Beeren, einmal Feuerstein und vier Zweige. Und eine Blume. Run to create a breeze. Aha. Zweimal Beeren. Cool. Nochmal ein Stein. Yeah. Noch ein Stein. Yeah. Noch ein Holz. It is rebooting. Oho. Hier, da ist ein Buch. Ist es meins? Vergiss es. Aha. Mein Buch. Karotte. Beeren. Bleibt doch weg. Da. Da. Ich bin weggekommen. Hier ist nichts mehr. Hier sind die ganzen Items. Der Frost. Der Frost greift dich an. Ja, der Frost klaut dir die Items. Das ist ja cool. Ja, und das Buch, das ich glaube, sollte ich auch behalten. Ja, warte, warte. Hier. Hier. Ich lege es ab. Nee, nur renn von dem Frost vorher weg. Ah, ich lege es ab. Hier, da hast du. Warte. Da hast du. Weg damit. Ich will nicht genau, was das macht. Ja, dann sag es mir mal. Ich brauche noch Gras für die Feuer. Weil ich kann ja eigentlich nicht... Gras, Gras habe ich. Ich habe noch eine Gras, hab ich. Guck mal, hier sind so ganz viele Hasen. Wollen wir die nicht enttöten? Sie sind langsam dunkel. Ja, wir müssen uns gleich treffen. Treffen wir uns bei Pinky am besten. Also ich bin hier bei den Bäumen und mache Feuer, ja? Alles klar. Ach, warte, die haben wir noch ein bisschen Zeit. Nein, ich brauche... Äh, nee, es muss... Aber jetzt, jetzt fängt halt an, die Intelligenz zu sinken. Da müssen wir dann gucken. Ja, ich habe nur noch 199. Wie kann man die denn, ähm... Ich habe Max gefunden. Ich meine gerade. Hallo. Nee, im Licht, hallo, na? Im Licht geht sie auch nicht hoch, ne? Nee, da bleibt sie auch nicht. Kurios. Das müssen wir doch rausfinden, wie das geht. Ja, dafür ist das Tier ja da. Genau. Meiner! Äh... Äh... Och, Mann! Oh, was ist das denn? Haha! Äh, was war das? Ein Snail Scale. Vielleicht kann mir ja Dillen sagen, was das heißt. Äh, Schlangenhaut. Nee. Sieht eher aus wie ein Schneckenhaus oder so. Okay. Äh... Kann ich mir jetzt so einen Beutel bauen? Süßigkeitenbeutel. Ich bin der Looter King. Nanananana. Wir gehen, wenn sie hierher kommen. Ja, ich komme. Ich muss noch mal ein bisschen looten. Okay. Ich komme. Nöt, nöt, nöt. Ich finde keine Steine. So, ich gucke mal, ob ich... Nein, ich kann immer noch nicht. Mir fehlt... Geschnittenes Gras. Das habe ich doch vorhin eingesammelt, oder nicht? Veräppeln? Was ist das? Ah, der ist ein Truthahn! Ein dringender Wurm. Ihr habt noch keinen Truthahn gesehen. Nee, der ist immer... Der rennt immer von Busch zu Busch. Das ist so lustig. Oh. Oh. Ähm. Dylan wurde gerade vom Boden verschluckt. Kommst du zurück? Äh, bin ich denn jetzt? Ich komme dir mal hinterher. Hui. Also ihr stimmt nicht. Also... Man kommt halt nur ganz woanders raus. Okay, ich komme auch. Ich bin jetzt gerade im Wurmloch. Dann geht man nach links. Hier sind ganz viele Steine und sowas. Ich komme auch. Und ich fliegen erst für später. Was für dein Abloch wieder. Jetzt müssen wir gleich Licht machen. Jetzt wird es gleich ganz dunkel. Oh, hier sind Steine. Ich sammle hier ein paar Sachen ein und so. Steine und so. Mann! Meiner! Hihihi. Ah, hast du den jetzt gekriegt? Ja. So, lass uns jetzt mal zusammenkommen. Ja. Den Stein am besten. Okay, ich komme. Wer erzählt denn eine Geschichte? Erzählt mir eine Geschichte? Niemand eine Geschichte. Aber wir brauchen doch nicht alle hinlegen, oder? Es reicht nur einer. Es waren einmal... Ja, gut, okay. Ja, dann zerstöre halt die Atmosphäre weiter. Weiß er. Also wirklich. Kann man jetzt hier... Nein, er ist kaputt! Du hast ihn zu hauen. Das ist mir gestern auch passiert. Oh nein! Wie viel... Wie hungrig seid ihr? Gebt mal einen Lagebericht. Ähm... 85. Okay. Aber ich habe noch Beeren. 4, 3... Warte, jetzt 40... 113 habe ich jetzt wieder. Alles klar. Ich kann doch nicht mal eine Fackel bauen, ey. Oh, ich kann eine Axt bauen. Ich kann ein Windrad bauen, aber damit kann ich nichts anfangen. Eine Spritzhacke, cool. Eine Spritzhacke. Bin ich dann schneller, wenn ich das baue? Dann weiß ich gar nicht. Hier ist eine Fackel. Kann ich die denn... Ah. Abbauen. Ja. Ja. Komm mal, komm mal, komm mal. Ich mach ihn kaputt. Geht nicht, aber da geht's nicht. Oh Gott, ich hab diesen Kaps auch zu erschlagen. 4 von 6, ich brauch Gras. Was hast du? Achso, ich hab meine noch. Leute, wollen wir das Bienen erst kaputt machen? Nein. Ich denke, dass wir da eine Falle bauen, um die einzufangen. Dann machen die vielleicht Honig für uns. Aber wahrscheinlich erst später. Also ich brauch erstmal Gras. Ich hab so viele Steine. Ich brauch auch Gras, damit ich mir so einen Beutel machen kann, damit man mehr... Oh, was ist das denn? Ich kann hier Tiere angreifen. Oh Gott, nee. Was denn? Untersuche Grasgecko. Wüstest ist hier, oder? Oh, hier sind Grasgeckos. Oh, ach, die hinterlassen Gras. Hinterlasst mal Gras. Hier, komm, macht mal. Die kacken Gras, die Geckos. Ach ja. Wie geil ist das denn? Ich brauch auch noch... Oh, du! Du Lümmel! Mein Gras! Hey! Ja, komm, das ist dein Setz. Ja, ja. Oh, gib mir mehr. Gib mir mehr. So. Mehr Gras. Ich konnte mir jetzt so einen Beutel bauen, dann kann ich mich ziemlich über Zeit. So, Platz meine ich. Was? Komm schon. Ich brauch aber auch mehr Gras. Na? Wie? Ihr müsst mal was essen. Nicht, mach die nicht kaputt. Ich weiß ein Gras. Ja. Ach so. Na, Alter, die Kappe. Danke. Was, 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 was? 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 Binky braucht Gras. Wie hast du jetzt... Wie hast du jetzt einen Beutel gemacht? Ähm, auf die, auf das Überleben-Symbol und dann ist der so relativ weit unten. Da brauchst du sechs Gras für. Das ist ja praktisch mit denen hier. Wissenschaft, Kampf, Kleidung. Sorry. Oh, die machen kein Gras mehr. Das ist ja... Auf. Ah, Bären. Ich hab Futter. Futter, Futter, Futter. So. Was können wir noch machen? Ich könnte noch so einen Beutel machen. Hast du jetzt schon so einen Beutel gemacht, Pinky? Nee, nee. Könntest du mir das machen, bitte? Kann ich das machen? Ich versuch mal. Wo ist der? Kass. Hier liegt da, komm mal zu mir. Ich hab hier ein Monster gefunden. Wo denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier bei dem Grasverkuss. Da liegt er. Da kannst du ihn nehmen. Cool. Und da kann ich jetzt Sachen reintun? Ja. Oh, wie geil ist das denn? Also nicht alles, aber vieles passt da rein. Deutscher? Ja, wo bist du denn? Ah, nee, jetzt hat er mich in Ruhe gelassen. Warum legst du dich immer mit den Monstern an? Ja, ich hab hier mal Essen, was ich gefunden habe. Ach so, krass, 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 krass. Ah, okay. Ach hier, guck mal, Happen. Sammel Happen. Ja, sammel du mal ein. Ich hab keinen Platz. Hä? Wenn ich fast verhungert bin, kannst du es mir vielleicht zurückgeben. Okay, ich hab's gerade gegessen. Sorry. Oh. Broken Steak. Okay. Oh, hier liegt ein... Was liegt da an? Ein Handschuh. Wie sieht das mit dem Essen aus bei euch? Müssen wir wieder suchen? Ähm, 100. 100? Mhm. Bist nur am Essen die ganze Zeit, oder? Jo, 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 jo. So, jetzt hab ich auch wieder 100. Hier liegt ganz viel Gras. Yay. Oh, yay. Den hab ich. Ein Rucksack. Oh, ja, ein Rucksack. Wir müssen irgendwie eine Wissenschaftsmaschine. Wow, hier sind mega viele von den Viechern. Steinziegel. Wie kriegen wir denn Steinziegel? Malpeter. Ich hab das schon 21, 22 mal Gras. Cool. Cool. So. Alter. So, dann leg ich die mal aus der Hand. Wir bauen uns mal eine Axt. Cool. Was stehnst du da vor dich hin? Äh, nix. Man könnte ja so einiges hinter dem Baum machen, halt so wie das aussieht. Dein Holz, sorry. Ja. Wir sammeln auch Sachen ein, ohne zu wissen, ob wir das brauchen, ne? Ja, ja, irgendwie schon, ne? Haben wir denn für den Map schon? Ach ja, wie viel haben wir ja immer noch nicht. Äh. Ach, du bist ja ein Hut, schön. Ein Kompass. Hat jemand Gold? Äh, nee, nee. Ich könnte dann einen Kompass bauen. Ganz easy peasy. Easy peasy. Oh, hier hinten sind Pilze. Wir müssen, äh, Pilze. Sorry, aber der Kompass, also mir war das ja schon bewusst. Was kann das? Das kann ich auch essen. Süße. Also hier, so, dann nimm mal Murphy. Hier, guck mal was. Ah, jetzt kommen wir bald zu unserer alten Stelle. Nee, ach nee, glauben wir nicht. Glaube ich doch nicht. Gehen wir den aufsammeln? Okay. Geht nicht. Kann ich die Steine da reintun? Nee, geht eigentlich auch nicht. Was kann ich denn da? Tada! Ah, super! Feuer! Dann übernachten wir hier. Ey! Ja, wir können das zusammen machen. Ach so. Kann ich dir, was ist, wenn ich da drauf drücke? Nichts überlegt, zwei Tage. Maxwell. Was ist hier? Ah, hier ist ein Firefly. Ah, es wird dunkel. Yep. Hier sind Fliegen. Country home. Take you home. Oh. 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 Ach, Mann. Das geht so schnell. Bist du dunkel. Take me home. Country host. Oh, da. Guck mal, guck mal. Ich seh die Augen. Ja. Oh mein goodness. Und sie mögen mich nicht. Oh, was kann ich denn hier bauen? Eine Falle. Ich baue jetzt mal eine Falle. Ich habe eine Science Machine. Das hast du? Da können wir jetzt, äh, da kannst du was erforschen, dass wir, dass wir, äh, mehr Dinge machen können. Wie hast du denn die jetzt gebaut? Wo geht denn das? Ja. Ähm. Hast du die gefunden, oder? Ach da, guck mal. Ah. Mutter. Der Roboter sagt Mutter zu der Maschine. Cool. Strukturen. Sind wir jetzt schon besser geworden? Tag drei, Leute. Tag drei. Kampf. Strukturen. Jetzt können wir irgendwie mehr machen, oder? Kann das sein? Alter Schwede, das ist jetzt ja eine Menge. Veredeln. Steinziegel. Ah. Das brauchen wir doch. Oh ja, jetzt können wir mehr machen. Margreta. Habe ich jetzt einen Rucksack gemacht? Ja. Ich habe einen Rucksack gemacht. Ne, jetzt ist der Rucksack. Hinter dir. Ich will auch einen Rucksack. Ich brauche Gras. Wir müssen zu den... Bretter, wozu braucht man Bretter? Bestimmt irgendwie, um Häuser zu bauen, dann später. Ist ja geil. Ich habe auf jeden Fall ein Brett gemacht. Du musst mir mal was zu essen holen. Ja, ich auch. Aber müssen wir in der Nähe von dem Ding sein? Von was für einem Ding? Ja, ich glaube schon. Ich kann es gerade nämlich nicht mehr. Die sind bei mir wieder verschwunden. Ja, komm. Ähm. Alter, ich muss ganz dringend was essen. Scheiße. Eine Schaufel? Oh, oh. Irgendjemand hat seine Tasche hier liegen lassen. Ja, die ist bei mir leer. Sing. Wann haben wir das denn auf der Karte? Wollen wir so einen Gekko töten, damit du einen Happen kriegst? Äh, ganz dringend. Komm, versuch mal mal. Bei mir ist, äh, 40. Guck mal, ob das geht. Ah, die sind übrigens schnell. Ja, die sind total schnell. Das kriegst du nicht. Ne, das schaffen wir nicht. Müssen wir irgendwas anderes finden. Okay. Dann lass uns erstmal einfach weiterlaufen. Okay. Wohin denn? Irgendwo, wo wir dann nicht warten. Südlich, würde ich sagen. Hier sind Samen, die kannst du ja essen. Guck mal. Wo denn? Ich nehm die mit, die geb ich dir dann. Hier. Nimm das mal. Ja, die sehen, die hat das hochgebracht. Kriegen wir den Hasen? Ne. Hab ich... Oh. Oh, schade. 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 Geh mal zurück zu diesem, ähm, Bauding und ich stell da mal irgendwie Fallen in der Nähe auf. Ach so, ich hab ja auch ne Falle, stimmt. Hier, ich hab auch nochmal Samen. Dann könnte ich doch hier... Kann man das nicht, ähm, irgendwie einpflanzen und da kommt was raus? Nahrung mäßig? Ach, wo seid ihr denn hin? Wir sind, äh, siehst du uns auf der Karte? Nö. Okay, ich komme wieder zurück. Ja, ich komme auch gleich zurück. Ah, ich seh schon Murphy. Ja, ich bin halt ein kleines Stück weitergegangen. Wenn wir irgendwo ein Vieh sehen, stell ich mal so die Falle auf und guck mal, ob wir es fangen. Hallo, Jungs. Hallo. Hallo. Oh, oh, das wird bei mir langsam... Wird schön. Warum hab gerade ich denn so viel... Ach, hier sind Bären. Oh, so... Sehr gut. Also, ich hab auch nur nach 45... Oh, ich muss auch jetzt was essen. Jetzt werde ich auch... Ja, 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 bei mir ist das auch ungefähr so. Ja, Leute, ich will auch nicht. Wir müssen... Lass uns mal zu diesem Vieh jetzt zurück hingehen und nach Fein aufstehen. Ich glaube, das müssen wir echt... Oh, hier ist so ein Vieh. Wo denn? Hier oben ist so ein Tully Bird. Oh, 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 oh. Oh. Oh, 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 oh. Wie cool. Oh, oh, der macht ganz viel Schaden. Ich hab ein Ei. Der macht ganz viel Schaden. Hilfe. Kann ich das Ei essen? Ja, ich kann das Ei essen. Oh, geil. Und ich hab ihn abgelehnt. Ich hab das Ei gefuttert. Oh, der will nicht. Oh, mein Gott. Greif den nicht an. Der macht total viel Schaden. Nee, mach ich nicht. Ich laufe weg. Er will mich, weil ich sein Ei gefuttert habe. Ja, dann verständlich. Lass mich in Ruhe. Ich bin doch ganz lieb. Ich bin doch Miss Pinky. Gehen die da? Weißt du? Ja, du hast die Falle, glaube ich. Lass mal. Lass mal. Oh, die, ja, die schämen sie auf. Warte mal, lass uns mal versuchen, die da so reinzuscheuchen. Ja. Sind, ist es euer Ernst? Bist du tot? Nein, noch nicht. Aber hey. Murphy, du sch... Nee, Murphy, du gehst zu nahe in den Rand. Ach so, okay. Geh so mit ihm rum, dass du ihn in die Richtung kriegst und du ihn haben willst. Jetzt rin geht zu nah ran. Geht ihr? Ach so. Ah, hat nicht funktioniert. Der wäre jetzt gefangen gewesen. Ach, es geht bestimmt nur bei Hasen. Was liegt denn da oben? Ja, ich glaube auch. Bedächtiger Marmor. Oh, der, 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 der lesbische Ruhe hat. Ja, das war's in der Serie. Oh, 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 ist das schwer. Weg, 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 weg. Leute. Hilfe, ich kann nicht, nein. Warum lässt er dich nicht, warum will er dich nicht, warum lässt er dich nicht hinunter? Du hast ein Ei von ihm gegessen. Ja. Ich hatte Hunger. Ich war hungrig. Warte mal, wo ist denn meine Falle? Ich muss den mal wiederholen. Wird er mir vielleicht helfen und ihn töten? Das geht, der macht so viel Schaden. Der hat mich vieler halt tot. Ich muss er aber bald genug von ihm wegrennen, dann lässt er mich in Ruhe. Das hatte ich auch schon. Er lässt mich nicht in Ruhe. Ich bin gleich tot. Das ist reichert der Lava. Geh mal in eine Richtung weg. Du bist doch schneller als er. Nee, guck mal. Nein, ist er nicht. Nee, stimmt. Haken schlagen. Ah, guck mal, wenn er angreift, kriegt er dich aber nicht. Oh, er will mich immer noch, Leute. Du bist halt einfach so zum Anbeißen. Ja, ja. Aua. Ja, nehm, 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 nehm. Du hast nur einen Feind, ist doch schön. Was wird dunkel? Oh nein. Dann haut er vielleicht ab. Warte, wir machen vor Lagenfeuer, dann kannst du da jetzt irgendwo rumrennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann dir kein Feuer machen. Ich hab kein Feuer. Ah. Hier, bei mir. Okay. Ich bin tot. Oh, fuck. Er hat mich getötet. Aber vielleicht können wir dich wieder, wenn wieder Tag ist, vielleicht erwachst du dann wieder. Mal gucken. Okay. Jetzt sind wir ja noch nicht, sonst sind wir ja immer alle tot. Ah, hier kommen Monster. Kann ich dich wiederbeleben? Geht das irgendwie? Nee. Man muss sich doch wiederbeleben können, oder? Nichts, Wendy. Hm, kurios. Hilf, ach, du kannst sogar... Wie denn? Ich hab einfach, äh, was geschrieben. Ach, du musst doch vorher was gedrückt haben. Nein, ich drück einfach nur... Hm. Gibst du jetzt wieder? Nee. Nee. Geh jetzt zu... Ach, hier ist dein Skelett, oder? Nee. Ist das dein Skelett? Ja. 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 Ich hab mal so frei und hab alles von Pinky eingesammelt. Okay. Ja, na klar. Ich hab mal den Rucksack genommen. Es ist immer noch hier, guck mal, guck mal, er ist immer noch hier. Oh mein Gott. Ähm. Ja. Ich bin tot. Ich bin ein schwebender Mülleimer gerade. La, 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 la. Ach, ich hab auch echt gefungert, aber auch gleich. Alles gut. Ja. Wollen wir noch ein bisschen hinterherlaufen? Uh, ja. Mal gucken, was ich so mache. Ich komm mal. Ja. Der zornige Farmer hier. La, la, la. Elf. Elf hab ich noch. Was ich essen kann. Oh. Uh. Uh. Hier ist ein Fernglas. Uh. Das kann ich aber nicht essen. Nee, aber kannst du damit besser sehen? Guck mal. Hast du jetzt eine weitere Sicht oder so? Hä? Ah, da. Meine Intelligenz ist aber nie runtergegangen bei ihm. Okay. Ist wahrscheinlich seine Stärke. Ja. Ha, ha, ha. Ah, hier, hier ist er. Ich besprüche dich. Bäh. Ich besprüche dich. Du Mörder. Mördervogel. Du hast mich gezögelt. Ja, richtig. Jetzt will er dich. Ja. Oha, der ist ja schnell. Ah. Und wir können zugucken. Hä, wir können zugucken, wie du stirbst. Uh. Wir wurden quasi zervögelt. Hätten wir mal doch das Bienennest zerstört, was ich gesagt hatte. Okay, hier ist noch die letzte Biene. Hier ist es nämlich. Ja, da kann ich jetzt nichts mehr holen. Warte mal, warte mal. Jawoll. Unglaublich. Ich gehe auch ins Wurmloch. Yay. Kann ich mehr voran? Viel zu viel DPD. Durch die Luke entkommt. Ja, du kannst da auch durch. Nee, kann ich nicht. Doch, ich konnte da auch durch. Du musst das jagen, das Wurmloch. Ach so. Ah. Frei, kann ich euch irgendwie wiederbeleben, ne? Wie du da jetzt rauskommst. Sehr lustig. Ist jetzt auch doof, wenn ihr mir nur zuguckt. Nee, warum? Mach mal, jetzt hast du die Verantwortung hier, die Unterhaltung aufrechtzuerhalten. Okay, was sage ich denn? Genau. Oh, guck mal hier. Oh, ein Beefalo. Hier, das musst du töten. Dann hast du was zu essen. Äh. Kannst du die Kacke essen? Hast du die jetzt gegessen? Nee. Ich bin aufgehoben. Ach so. Dann kann ich sie nicht. Ich dachte gerade, ich könnte es einnehmen. Aber. Ja. Du kannst es bloß verscheuchen irgendwie. Du musst das töten, Dylan. Das ist ja noch was. Hier ist ein Hase. Hast du meine Falle noch? Nee. Hier könnte man Fallen aufstellen. Ah, wahrscheinlich neben... Nee, deine Falle konnte ich nicht aufheben. Also war... So skant. Hallo. Wu, 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 wu. Das Kiehl ist... Ja. Okay. Ein Hit und ich war tot. Aber vier Tage. Vier Tage. Super. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt die Folge. Alles klar. Und wir sehen uns bei der nächsten. Ciao, ciao. Ciao, ciao.